Aber relativ easy halt, ne? Du hast ja heute wirklich mal richtig geschwitzt. Geschwitzt, nein. Ja, ich hab eben zweimal 5-4 hier, 4-3. Roto 30-0, Junge, lass das sein! Oh nein, hier ran, ey, Agustianus! Prinzip! Nein! Hat die Draft gegen ihn verloren gewonnen? Ja. Ja. Das muss ich erstmal ein Problem gelten. Nein! 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 Ich sag gleich, der paniert mich, aber komm rein, Puschen! Der ist zu gut. Tor in Stuttgart, was geht da? War der live, Tobi? Der ist live, sagt Sally Jelly. Ja, ja, der ist live. Der ganze Chat sagt hier, was sagen die Pro? Der ist im Oktober Nummer 11 gewesen. Amanda Jackson. Anna, wie lang ist Werbung hier, Junge? 30 Spiele, äh, 90 Spiele, 90 Spins hatte der. Ehrlich? Ja. Er hat kein Game verloren. Oh man. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Naja, der steht 18-0 auch, ne? Du merkst aber trotzdem, dass er Angst hat. Wegen Team. Wegen Team, Junge. Oh nein, Digga. Den hab ich gesehen, Junge. Deine Steuerung da. Oh nein, Digga. Hä? Weiter. Nein! Oh. Ist nicht. Fickt mich sowas, ne? Fuck, Alter. Ist das traurig, Alter. Der Pass, den Pass hab ich schon nicht verstanden. Heidrich, danke, Junge! Ähm, den Pass hab ich schon nicht verstanden, ne? Ja, konzentrier dich. Verlümstiges Ergebnis zu hängen zu holen. Oh. Gut geschenkt. Gretchen kann er. Oh, er hat auf Zeit geguckt. Ah, halt, der war aber okay. Ist nicht nach vorne gekommen, aber der eigentlich auch nicht, ne? Nee. Enges Ding. Aber der ist schon gut. Ja. Ist unfassbar, also man muss sich ja unfassbar konzentrieren, ne? Follower Hype. Thanks for all the new Follower. I really appreciate it, guys. Make sure to say my best regards to Principe. Ja, dann führt. Tough one. Tough one, but I'm not as good as him. Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Junge, wir haben noch kein scheiß Weekend League Spiel verloren, Junge. Jetzt konzentriere dich. Oh! Ruuuut! Hallo! Ruuuut! Leck für die Eier. Weitem geht's. Auf! Come on! Joa, das ist echt Wahnsinn. Toll, man. Komm. Schade, Alter. Stark. Jetzt. Oh mein Gott. Nein! Mach mal, ey. Junge, was schwitzt der? Leckt mir die Eier. Ja, ja. Stark. Du musst denn auskommen dann, Bruder. Hey! Oh mein Gott! Richtig. Gut dabei. Jaaaa! Der bringt, dass du viel Ruhe hast. Unpassbar. Oh scheiß. Wie kann man so langsam spielen, ehrlich? Killian! Killian! Hey! Halt's Maul, Alter. Das konzentriere dich. Krank. Oh mein, der Typ ist jetzt nicht überall. Oh! ungert das. Autos. Das ist sooooh mein Gott. Tada! Ja! Stark. Komm eins noch. Einfach gewonnen, Bruder. 1, 2, Junge. Absolut krank. Ja, Mann! Come on, Junge! Wuh! Fischer Mann. 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 Früher habe ich die Formationen gespielt, aber... Digger, der nimmt einfach meins was ich war, nicht einfach mein System gehad. Alter, hast du mich einfach weg gemacht, Junge? Aber wie, Junge? Unverdient, unescheuend. Verdient. Fischer Mann. 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 Ja, da war es wahrscheinlich der beste Win-in-in-mein-de-Vals. Ja, das ist wahrscheinlich der beste Win-in-mein-de-Vals. Drin, er übernimmt einfach mal meine Taktik. Einer der besten Spieler der Welt, Junge. Bis zum nächsten Mal.